Jetzt könnte es gruselig werden, ich habe Dead Space, ich habe Dead Space 3, wer es noch weiß, mit Panty mal probiert im Koop. Aber es hat nicht so lange gut funktioniert. Und Dead Space 1, äh, kenne ich halt gar nicht. Jetzt habe ich einen Mauszeiger, obwohl ich mit dem Controller spiele, na egal. Okay, äh... Moment. Hallo? Ausblenden funktioniert. Okay, ich weiß nicht, worauf ich mich hier genau einlasse. Einfach, mittel oder schwer? Ja, für einfach, wir machen, wir machen immer mehr. Nämlich von hinten ignoriert werde, so. Ja, du sagst mittel. Ich bin so mittellos, okay. Langer Ladebildschirm. Und das freut mich. Brrrr, okay. Der Munitionszähler blinkt rot, wenn sie nicht auf eine Oberfläche springen können. Wieso blinkt der mal ein Munitionszähler so? Eine EA-Redwood-Shaws-Produktion. Dead Space. Okay, Spezialistfertition, Computer-Spezialistin. Abbauschiff-USG Ishimura finden, Grund für Kommunikationsausfall finden und beheben. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir auf jemandem rechnen. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was ihr vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Iges 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel, man sieht nicht ein einziges Licht? Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Frümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Callion in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Kenjo hat auch gerne eine Bubitür. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei tausend Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Dead Space ist ein schirsches Spiel. Ich bin gespannt. Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Andock-Manöver eingeleitet. Verfluchter Scheiße. Sir, die Andock- Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben in die Hülle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf Manuel um. Ich mag nicht. Sind Sie irre? Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Ich guck mal, wie schön sie sind. Sind alle okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich hab soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekarrt. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal. Verstatten Sie Bericht. Nein, ich hab's noch nie gespielt, Job. Wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reden. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Also schon irgendwie Schuhkern, Horror, Reckschuhkern. Ich synchronisiere gerade alle Ricks mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Der sieht so komisch aus, der Typ. Was hat der Finger sieht aus? Ah, herrlich. Okay, ich hab auch kein schönes Gesicht. Sondern nur so ein türkises Aufgaben hinzugeben. Äh. Nicht drin. Okay. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren. Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Unfassbar. Wann ist das rausgekommen? Ich weiß gar nicht. Okay. Da leuchtet was grün. Oh, kein Dead Space Spiel. Das beruhigt mich. Hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie da rüber und hacken Sie die Türsteuerung. 2008. Diese blaue Volegramme, die wir aktivieren können. Schalterbeweizen. Ah. Was ist los? Oh, da ist das. Schau doch an. Oh. Ding. Oh, hier ist Luke. 2.400 Euro. Ich hab das viel hübsch. Hast du dich letztens gesagt? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht aus, als wären Sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte. Ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Du siehst. Wir haben keine Waffe. Leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Es ist online, oder? Meinen die nicht das? Die Lokalisierungssystem finden Sie in dieses Einsatzziel. Das Monorail-System ist offline. Dann wird es schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das FIT-System wieder angesprochen ist. Also ganz locker bleiben. Locker, 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 locker. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Wie? Energie. Okay, weg hier. mach dich auf ich bin da rein sie localisieren komm mal los eine Waffe er hat ihn dann benutzten die kopf was ist da komm ich ja nicht an achso aber Was machen wir? credit so Oh, 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 oh. Oh, was ist die? Die geht noch. Nee, die geht nicht. Da ging dreimal gedrückt und es ging, ich hab doch gedrückt und es ging nicht. Hier wartet irgendwas an der Tür schon. Das geht nicht weit. Ich hab den Hauptpumpen. Kassel, ey! Da muss ich jetzt aufschießen, ne? Die kann ich nochmal nachladen. Der fache. Der fache. Der fache. Der fache. Was ist denn? Shit. Was hab ich aufgesammelt? Ich weiß nicht. Okay. Ähm. Ich weiß gar nicht. Habe ich nur 4 Schuss? Dann kann er nicht nachladen. Kann einer im Stream mal ins Rutsprung? Gesundheitstastisch. Okay. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungshächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! 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 Ah! Ah! Danke. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich mach's. Aber ja... Oh, mein Gott! Isaac! Ich habe kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac! Da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Natürlich. Wir nicht, aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Aufgaben zu finden? Wir müssen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Was ist denn? Doch da ist die Karte. Was? Ich weiß nicht, was diese Karte mir sagen. Ja, aber echt. Monorail beschädigt, bitte reparieren. Ich weiß nicht mehr, wie noch von... Doch, von hier kam ich ja, alles klar. Die ist nicht zum Plaudern hier, schade, ja. Ich hätte auch gerne jetzt mit denen Plaudern, ein bisschen geschnackt. Aber... ... ... ... ... ... Das Ziel ist so schrecklich. Alter. Ach, automatisch nachladen, nachladen. Alter. Alter. Ich hätte es in dieses Ziel ausgedacht. Mach es aus dem Bot mit meinem Kopf. Ach, spiel speichern. Ja, bitte. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben... Hä? Hab ich dieses Audio-Lock weggedrückt? Das tut mir leid. Was für ein Schwieriges gerade. Das ist normal. Aber die Steuerung schliert total. Das habe ich mit Maus und Tastatur schon gemerkt. Hatte gar oft mit der Unterkürzen diesem Wetter. Nur. Aber nicht so wirklich. Ich hab... Ich hab in Form auch gelesen, dass ich mich in Form der PC-Version schon vor uns haben soll. Ne, ne. Die PC-Version. Ja, ja. Die PC-Version haben sie vor uns. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wir probieren das nochmal ein bisschen. Wir probieren das ab. Scharen Sie Munition untersuchten zusätzlichen Schaden. Steuern ist nicht leicht. Mal gucken mal, wie sich das entwickelt hier. So. Maus und Tastatur oder Gamepad? Ja. Starter verlasten Amtsch in Orpi. So. 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 So.